Ubisoft kündigt offiziell ein richtiges Remake zu Splinter Cell an, auch Stalker 2 springt auf den NFT-Zug auf und System Shock hat nen neuen Publisher. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und viel mehr gibt's jetzt in den News. Nach Jahren der Andeutungen, Gerüchte und enttäuschten Hoffnungen hat Ubisoft jetzt nämlich ganz offiziell ein Remake von Splinter Cell angekündigt. Das entsteht beim Studio Ubisoft Toronto und wird auf Basis der Snowdrop Engine entwickelt. Bildmaterial gibt's aus der Neuauflage bisher nicht, das Team erklärt aber sehr deutlich, dass man den linearen Levels des Originals treu bleiben wird. Jegliche Gerüchte um ein Open-World-Splinter Cell dürften demnach falsch gewesen sein. Trotzdem will Ubisoft jedes Feature des Originals von 2002 auf den Prüfstand stellen, um herauszufinden, ob das alles auch heute noch gut funktioniert. In Splinter Cell soll Geheimagent Sam Fischer für die NSA-Abteilung Third Echelon den fiktiven georgischen Diktator Nicolatze stoppen und schleicht dazu durch verschiedene Schauplätze auf der ganzen Welt. Aktuell steht dieses Splinter Cell Remake-Projekt noch ganz am Anfang, so sucht Ubisoft derzeit noch in verschiedenen Abteilungen des Entwicklungsteams neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Release steht noch in weiter Ferne. Auch GSC GameWorld will NFTs in sein Kommen des Action-Spiels Stalker 2 Heart of Chernobyl integrieren. In Kooperation mit der NFT-Plattform DMarket will man virtuelle Items anbieten, deren Besitzer dann als NPCs im Spiel auftauchen können. Die Non-Fungible Tokens werden also zunächst versteigert, danach stehen sie bis zu einer Frist zum freien Handel zur Verfügung und anschließend werden die jeweils letzten Besitzer als Charaktere ins Spiel eingebaut. Laut einem Bericht des Magazins The Verge soll diese NFT-Auktion im Januar 2022 stattfinden und insgesamt drei solcher NPC-Plätze im Spiel angeboten werden. Der oder die letzte Besitzer zum Ablauf einer noch nicht definierten Frist müssten dann für einen detaillierten Scan zu GSC GameWorld ins Studio anreisen und werden dann als sogenannte Meta-Humans ins Spiel eingebaut. GSC GameWorld will zudem weitere NFTs zu Stalker 2 verkaufen, betont aber, dass keine davon irgendwelche spielerischen Vorteile ermöglichen würden. Das Thema NFT und Crypto-Gaming tauchte in letzter Zeit immer häufiger auf, so haben bereits Ubisoft mit Quartz und Peter Molyneux mit Legacy eigene Konzepte vorgestellt, die aber von weiten Teilen der Gaming-Community sehr kritisch betrachtet werden. Stalker 2 soll für PC und Xbox am 28. April 2022 erscheinen. Nach der Ankündigung von Alan Wake 2 im Rahmen der Game Awards gibt's jetzt noch weitere Infos zur Fortsetzung vom Entwickler Remedy. Wie Chefautor Sam Lake bestätigt, wird auch Teil 2 wieder in der Third-Person-Perspektive gespielt werden. Außerdem sollen auch Stimme und Gesicht von Alan Wake gleich bleiben. So kehren der Schauspieler Ika Willi und sein Sprecher Matthew Poretta für Alan Wake 2 zurück. Kurz nach der Ankündigung, dass Alan Wake 2 statt Action-Thriller mehr in die Richtung Survival-Horror gehen wird, kamen Gerüchte auf, dass das Spiel womöglich auch in Ego-Perspektive gespielt werden könnte. Das dementiert Lake jetzt aber. Zusammen mit diesen neuen Infos kündigt Remedy aber ebenfalls an, dass man bis zum Sommer 2022 Funkstille zu Alan Wake 2 einhalten wird. Erst dann wird's also neue Infos zum Spiel geben, das 2023 erscheinen soll. Dota 2 bekommt zur Weihnachtszeit nicht nur offiziellen Gamepad-Support, sondern auch eine Rückkehr des Koop-Modus Aghanims Labyrinth für vier Spieler. Den könnt ihr entweder schon mit Freunden oder in der Solo-Queue spielen und dafür aus dem Roster der Helden insgesamt 14 verschiedene Charaktere wählen, deren Fähigkeiten ihr dann über Aghanims Segen verbessern könnt. Diesmal sind es übrigens 14 andere Helden als beim letzten Mal, die in diese Diablo-artigen Dungeon Runs starten können. Wie bereits erwähnt, gibt's mit dem Update für Dota 2 neben einem neuen Battle Pass auch den offiziellen Support für verschiedene Controller. Künftig könnt ihr Dota 2 also nicht nur mit dem Steam-Controller, sondern auch mit dem für die PS5, der Xbox oder sonstigen Eingabegeräten spielen, die jetzt nativ unterstützt werden und auch die Benutzeroberfläche entsprechend angepasst ist. Die Neuauflage von System Shock hat nach diversen Problemen in der Entwicklung jetzt ein neues Release-Fenster bekommen. So soll die Immersive Sim jetzt 2022 erscheinen. Das kündigt Prime Matter, der neue Publisher des Projekts von Nightdive Studios an. Eigentlich hatte Nightdive Studios als letzten Termin den Sommer 2021 als Release angegeben, das ist aber offensichtlich nicht passiert. Unter Prime Matter soll System Shock jetzt auf PC im Epic Games Store, auf GOG und Steam sowie für PlayStation und Xbox erscheinen. Die Entwicklung des ursprünglich über Kickstarter finanzierten Remakes von System Shock verlief in den letzten Jahren mehr als holprig, sollte das Team nicht nur mittendrin die Engine von der Unity zur Unreal Engine gewechselt, sondern aus dem ursprünglich als Remaster geplanten Projekt zeitweise ein vollständiges Remake mit zig neuen Features machen wollen, die dem Team dann aber doch recht schnell über den Kopf gewachsen sind. Nach einem Neustart der Entwicklung und mehr Fokus soll das neue System Shock 2022 neben einem digitalen Release auch als Ladenversion erscheinen. Wer regelmäßig die News guckt, der kennt das jetzt schon. Es gibt natürlich auch heute wieder einen coolen Preis im GameStar Adventskalender. Heute ist das ein Hardware-Paket vom Hersteller NZXT, bestehend aus einem Mid-Tower-Gehäuse, außerdem einer Wasserkühlung, einem Mikrofon und schwenkbar-Mikrofonarm. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann schaut unter dem Link hier oben oder in der Videobeschreibung. Viel Glück bei der Teilnahme! Zu guter Letzt noch ein riesiges Dankeschön von mir an euch und an alle, die gestern unseren Charity-Stream GameTube-Schenkt-Sternstunden geguckt haben. Insgesamt sind da über 47.000 Euro für Kinder in Not zusammengekommen. Davon von mir und dem ganzen Team ein herzliches Dankeschön, dass ihr den Kindern so das Weihnachtsfest gerettet habt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und schaut doch mal rein, was wir sonst so getrieben haben. Unter anderem haben wir zum Beispiel hier eine Vorschau auf das Martial-Arts-Spiel Sifu. Oder ihr guckt heute ab 18 Uhr live rein bei unserer Weihnachtsfeier hier auf dem Kanal und auf Twitch. Würde mich freuen, euch da zu sehen. Ansonsten sehen wir uns morgen zu den News wieder. Bis dahin, weiterspielen!